Herzlich willkommen beim Video Mein OER-Projekt planen. In diesem Video erhalten Sie eine Einführung in die Arbeit mit dem OER Canvas. Sie können damit Ihre Kenntnisse in der Planung und Umsetzung eines OER-Projekts mit Hilfe des OER Canvas fördern. Ich möchte in diesem Video anhand eines Beispiels zeigen, wie Sie eine eigene OER-Ressource mit unserem Canvas für Hochschullehrende planen können. Der Canvas begleitet Sie auf einer A3-Seite durch die wesentlichen Aspekte in der Planung einer OER-Ressource für Ihre Lehre. Der Canvas steht natürlich zum freien Download und unter offener Lizenz zur Verfügung. Zu Beginn steht die Lehr- und Lern-Ressource an sich. Also, welche Art soll das geplante Lernobjekt sein? Ein Arbeitsblatt, ein Quiz oder vielleicht ein interaktives Lernobjekt? Ich entscheide mich heute für eine offenlizensierte Moodle-Lektion für eine Programmier-Lehrveranstaltung im zweiten Semester. Studierende sollen sich damit zu Hause im Rahmen des Flipped Classroom-Konzepts auf die Präsenzeinheit vorbereiten. Das trage ich gleich als Setting ein. Als OER kann die Lektion später problemlos verteilt werden, auch an Kollegen und Kolleginnen, die ähnliche Lehrveranstaltungen abhalten oder sich für das Thema interessieren. Nachdem ich die Art der Ressource und das Setting festgelegt habe, definiere ich die Lernziele und die Zielgruppe meiner Ressource. In meinem Beispiel sind das Informatikstudierende des zweiten Semesters. Dazu gehört auch die Überlegung, welches Vorwissen vorausgesetzt wird. Bei mir sind das Programmierkenntnisse auf dem Niveau des ersten Semesters. Nun geht es um die spätere Veröffentlichung und damit einhergehend die Wahl der Lizenz, das Format und den Veröffentlichungsort. Ich veröffentliche meine Ressource als Moodle-Lektion, also in einem Moodle-Format. Die einzelnen Texte und Grafiken könnte ich zusätzlich als Open Office und Bilddatei bereitstellen, falls jemand später diese Lektion weiterverwenden möchte, ohne mit Moodle zu arbeiten. Veröffentlicht wird meine Lektion natürlich in meinem Moodle-Kurs für die Lehrveranstaltung. Dieser Moodle-Kurs ist auch für Gäste zugänglich. Da meine Hochschule ein eigenes OER-Repositorium hat, kann ich meine Lektion später zusätzlich dort hochladen lassen. Denn OER, das nicht veröffentlicht ist, ist nicht wirklich OER. Schließlich muss noch entschieden werden, unter welcher Lizenz die Ressource stehen soll und wer bei der Attribution genannt werden soll. Ich wähle eine möglichst offene Lizenz, zum Beispiel CC BY. Bei der Attribution möchte ich, dass mein Name genannt wird. Nachdem nun die wichtigsten Eckpunkte geklärt sind, geht es darum, die eigentliche Erstellung der Ressource zu planen. Ich habe bereits ein paar vorhandene Ressourcen, die ich gerne weiterverwenden möchte, nämlich einige Grafiken. Bei der Verwendung von vorhandenen Materialien ist nur darauf zu achten, dass sie mit der gewählten Lizenz zusammenpassen. Einige Teile meiner Ressource muss ich noch erstellen, zum Beispiel Texte. Mir fehlen auch noch einigen Grafiken, aber hier benutze ich eine OER-Suchmaschine, um offen lizenzierte Grafiken zu finden, die es vielleicht schon gibt. Auf dem Canvas kann man außerdem festhalten, welche Programme, welches Equipment oder welche weiteren Personen benötigt werden. Ich benötige kein spezielles Equipment, aber ich werde Studierende bitten, die Lektion am Ende zu testen und Feedback zu geben. Anschließend bietet der Canvas noch Platz für ihre Ideen und Skizzen. Ich werde diesen Platz nutzen, um den Ablauf und Aufbau der Lektion grafisch darzustellen. Jede OER-Ressource kann und soll natürlich verbreitet und weiter genutzt werden. Das ruft uns der Abschnitt Weiternutzung am Canvas in Erinnerung. Ich plane, die Lektion auch in den kommenden Semestern wieder einzusetzen und sie ausgehend von Feedback meiner Studierenden abzuändern. Auch meine Kollegen und Kolleginnen vom Fach sollen die Ressource nutzen, weshalb ich innerhalb meines Instituts und beim nächsten fachlichen Austausch Werbung dafür machen werde. Im OER-Repository können sie dann ja alle finden. Zum Schluss bietet der Canvas noch eine kleine Checkliste, um die wichtigsten Punkte in der OER-Erstellung noch einmal in Erinnerung zu rufen. Ich mache mich jetzt an die Erstellung der Ressource, aber werde mir kurz vor der Veröffentlichung diese Checkliste noch einmal ansehen. Nachdem ich Ihnen nun beispielhaft die Planung einer OER-Ressource mit Hilfe des OER-Canvas gezeigt habe, bin ich sicher, dass Sie gut vorbereitet in Ihr eigenes OER-Projekt starten, sei es ein Foliensatz oder ein ganzes Semester im Sinne von OER. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Sie können den OER-Canvas für sämtliche Lernressourcen verwenden. Machen Sie auf Ihr OER-Projekt aufmerksam, wann immer es Ihnen möglich ist. Und veröffentlichen Sie Ihr OER-Projekt nach Fertigstellung. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse im Umgang mit dem OER-Canvas erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!